Ich seh meine Inbox, sehr gute Zeilen, schlechte Zeilen. Morgens, hier ist er wieder, euer Dutchman, mit der, ja, 28. Folge inzwischen von Gute Zeilen, Schlechte Zeilen, den Kommentaren zu, Kommentaren zu meinen Videos. Wir wollen uns heute die Let's Show Play Minecraft Folgen 185 bis 190 vornehmen. Es ist ja schon eine ganze Welle her, dass das letzte gute Zeilen, schlechte Zeilen herausgekommen ist. Und, ja, schauen wir einfach mal rein. Folge 185, Parforce Ritt unter Tage. Da war ich also kräftig unter Tage in der Höhle unterwegs. Genau, und zwar in der Höhle am Berberdorf, die Mine dort. Parforce Ritt unter Tage, hier haben wir das Info, was er uns hoffentlich anzeigt. Genau, da habe ich euch den Brockenbrecher gezeigt, am Minenausgang. Und, ach ja, habe wieder einen schönen Bogen geschlagen vom 19. bis 20. und 21. Jahrhundert. Mary Shelley's Flankenstein, dann Blackwood, Cthulhu, Poe und so weiter. Da habe ich also viel über Bücher gesprochen, und zwar Science Fiction war das Thema, so die, ja, mit der Anfangsgründe der Science Fiction und die goldene Zeit der Science Fiction. Die 30er bis 50er Jahre. Und, ja, das kam richtig gut bei euch an. Fast 500 Views und 23 Kommentare. Sehr schön. Sushi 4900, da hat man nichts mehr zu schauen auf YouTube. Und dann schlägt der Meister der Überlänge mal wieder so zu. Genau, zack, aus dem Handgelenk heraus. War, glaube ich, eine Dreiviertelstunde oder Stunde die Folge? Ja, gute Stunde. Eine Stunde, sechs Minuten. Ja. Fun Baybladers, du heitest mich auf, weil war dein Trauger. Ich hoffe, ja, macht man natürlich gerne, weil es auch eher wahrscheinlich ein zufälliges Zusammentreffen war. Dass ich also so ein gutes Video gemacht habe, was dich aufheitert und du gerade so einen traurigen Krach hattest. Aber trotzdem freut mich, dass ich sowas auch hinbekomme. Andurin08 meint hier, wir brauchen keine Bücherei, wir haben Dutchman. Ja, wenn ich eine Bücherei habe, klar. Dann hätte ich das. Da bisher hat man ja einfach nur die einfachen Bücherwürfel in Minecraft. Und es gibt einen Mod, mit dem man dann tatsächlich Bücher schreiben kann. Aber das wäre dann eine heilige Arbeit, hier tausend Bücher abzuschreiben. Also ich glaube, das haltet selbst ihr nicht zusammen mit mir durch. Zeddy Zed. Sehr gut, der ungeschlagene Meister der Überlänge und des Monologs. Hat mal wieder sein Bestes gegeben. Ja, das wäre jetzt noch ein Ding, wenn ich hier Dual-Kommentaries machen würde. Dann könnt ihr euch auf zwei Stunden einstellen. Das wäre was. Bringt mich jetzt nicht auf eine Idee, Leute. Mistira, da haben wir mal wieder richtig in schwarz getroffen rein, zufällig. Heute hatten wir in der Schule chemische Abkürzungen für Gold, Eisen und so weiter. Und an dem Tag musst du das auch erwähnen. Genau, Aurum, Gold. Und ja, freut sich immer mehr auf die Schlucht im 1-8er-Gebiet. Genau, die steht ja auch noch aus, da waren wir noch gar nicht. Im 1-8er-Gebiet, also oben am Pilzhaus und Klein-Venedig. Da haben wir ja bisher nur die alte Mine erkundet, wo die Spinnenspawner drin sind und die ganzen Zäune und Holzdecken und so weiter. Aber wir haben ja da auch noch eine Schlucht in der Nähe des Dorfes, Klein-Venedig. Und die müssen wir natürlich auch noch mal irgendwann erkunden. Richtig, da freue ich mich auch schon drauf. Ähm, Super Winify. Wieder mal schönes Showplay. Schönes Showplay. Er kommentiert leider nicht jede Folge von mir. Ist auch wunderbar okay. Ähm. Er schaut meine LPs hundertmal lieber als Gronkh. Ähm. Ja, das ist eine Form des Vergleichs. Die ist okay. Ja, er sagt, ja, er sagt ja nicht direkt, du bist besser als Gronkh. Das wäre ja auch falsch, weil man Let's Player nicht so miteinander vergleichen kann. Sondern dadurch, dass er sagt, ich schaue deine LPs hundertmal als Gronkh. Dadurch, ähm, das passt. Das ist eben sein persönlicher Eindruck. Und damit, äh, zieht er sich auch nicht den Hass der Gronkhistas zu. Kommt er also da auch ungeschoren. Und, äh. Ja, passt wahrscheinlich auch ein paar andere nicht. Ja, Minecraft for Freak hat hier bei 22, 22 einen Creeper gesehen. Okay. Ähm. Dann, zack, zack, zack. Ähm, hier, Pankeratitis fragt, ob ich aus den Niederlanden komme. Liegt bei dem, äh, Nick, ja nahe, Dutchman. Ähm. Und ich habe hier halt geantwortet, das, das wenige, was ich halt weiß. Allzu viel ist es halt nicht über meinen Stammbaum. Also ich bin natürlich, was heißt natürlich, ich bin in Deutschland geboren. Genau wie meine Eltern, Großeltern und Urgroßeltern. Aber, haha. Auch ich habe einen sogenannten Migrationshintergrund. Der ist nur schon ein bisschen, ja, in Ehren eingestaubt, sage ich mal. Ähm. Und zu Anfang des 17. Jahrhunderts kamen meine Vorfahren tatsächlich aus den Niederlanden. Ja. Ähm. Ähm. Wie gesagt, ist aber schon ein Weilchen her, ne. Ähm. Dann, äh, ja, SIRT 96. Ich weiß jetzt nicht, welches Buch er, äh, er hier, äh, nicht findet. Ich nehme mal an, das war das von H.P. Lovecraft. Berge des Wahnsinns, vielleicht ist er da hinterher. Ähm. Aber ist eigentlich ein Klassiker. Also in einer gut sortierten Bücherei müsste man da was, äh, finden. Ähm. Der Vorschlag, über Johnny Cash zu reden. Klar kenne ich ihn, habe ja dann auch schon mal, äh, Folgen später drüber gesprochen. Ähm. 72, äh, Gesicht in den Fußboden gemeißelt. Aha. Dann, äh, Dreckige Erde, so ein Unlöx-Kommandar. Ich fand den noch nie gehört, so ein super Folge. Dreckige Erde. Kann ich jetzt nicht nachvollziehen. Entschuldigung. Ähm. Eine, danke für eine Stunde, dachte ich mein Deluxe, ja. Gern geschehen. Äh, ich fände es toll, wenn irgendwo in deiner Welt mal eine Bibliothek entsteht. Also eigenes Gebäude, wo man dann von Büchern sind, wie Rommenson-Kruso und die Schatzinsel. Ähm. Ich glaube, ich finde, dir würde da schon was Tolles einfallen. Ja. Ich würde einfach mein Wohnzimmer hier nachbauen. Davon. Ähm. Ja, ich hatte ja schon öfter mal gesprochen, wie das so ist mit dem Vergleich zwischen Let's Player und Supilodge. Das ist das beste Rollsband in einem LP. Ja, alle anderen schneiden es raus. Ne? Oder haben wir sich abtrainiert oder rauchen eben nicht seit, äh, na, lass mich überlegen. Knapp 30 Jahren. Fangt damit gar nicht erst an. Mit dem Rauchen meine ich. Ne? Superabc-Fahrer. Superabc-Fahrer. Äh, äh, dem Ding von EA mit der 3. Also ich, ich glaube, es ist Battlefield 3. Ähm. Das ist gerade mal zwei Monate draußen. Ähm. Und schon, ähm, habe ich bei einigen Kommentatoren gehört, ähm, ja, irgendwie ausgelutscht und nichts mehr Neues drin und so weiter. Zwei Monate? Ein brandneues Spiel, nachdem die Monate lang gefiebert haben, wo sie monatelang die Werbetrommel für gerührt haben. Und dann ist das Ding nach zwei Monaten ausgelutscht. Uah, Leute. Da irgendwie das falsche Spiel gegriffen. Ha? Macht nichts. Ist ja jeweils eure Entscheidung. Ne? Dann, ähm, City 96. Ja, du hast recht. Ich achieve uns hier oben. Aber für noch was zum Thema. Nein, nein, weil ich in dieser Folge auch gesagt habe, äh, das Ende von Minecraft. Man hat ja jetzt ein Ende, nämlich The End. Und wenn man da den Endboss, den Drachen, äh, erledigt, dann ist eben Minecraft zu Ende. Und man fängt wieder an seinem Start an. Ähm. Und da hatte ich eben gesagt, das Ende von Minecraft könnte eben das Ende von Minecraft sein, weil man eben das jetzt quasi durchspielen kann. Das Spiel. Selbst vorher, weil man also hier selbst alle Achievements hat, dann war man ja noch lange nicht fertig, ne? Aber gut, auch das mit dem Achievements, die alle holen, dauert auch ein Weilchen. Ja, ähm, ja, na, das Ende von Minecraft, muss man mal gucken. Ein bisschen, äh, scheint ja der Hype abzuklingen, auch der Let's Play und Commentary Hype. Da habe ich ein schönes Video gesehen, auch mit Überlänge, ähm, auf dem Kanal von, wie heißt er, MaxFPS. Hat er zusammen mit, äh, dem German LPK, den ich übrigens abonniert habe, weil ich ihn sehr gut finde als Kommentator. Wurde mich Shooter überhaupt nicht interessieren. Ähm. Dem Dirty Harry. Und, äh, wer war noch dabei? Lix. Und der Friseur, ähm, die haben so darüber gesprochen, ähm, ja, dass sich halt die Let's Player Commentary Szene so im Umbruch, äh, befindet. Haben natürlich, weil es alles vier Kommentatoren sind, ähm, das ist doch eher aus der, aus der Perspektive, äh, hier der, der Ego-Shooter, äh, die halt für die Commentaries, äh, oder die halt bei den Commentaries doch, äh, sehr dominieren, äh, gesehen und, und beschrieben, ähm, halt wie es ist mit, mit Cod und, äh, also Modern Warfare 3 und Battlefield 3. Ich hoffe, ich habe die Dinger jetzt richtig auseinander sortiert. Ähm. Ähm. Interessantes, interessantes Video, äh, also eine interessante Diskussion, äh, bei den vier oder fünf Kommentatoren da. Äh, ähm, von denen man auch einiges dann rausziehen kann für die Let's Player Szene und für Minecraft, genau. Wir machen hier aber erstmal weiter mit der, 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 186. Folge Let's Show Play Minecraft, da haben wir sie. Endlich auf 1.00, also der Vollversion, frisch mit dem Update, na. Ähm, ähm, und, äh, da habe ich wieder mal das Texture-Pack gewechselt, da, seitdem bin ich also auf Misas, also gar nicht noch allzu lange her. Ähm. Ähm. Ja, manches, man, manches hat sich geändert, gut, das muss ich dann noch, äh, ändern, aber, schön, 717 Aufrufe, 34 Kommentare. Kam also auch sehr gut bei euch an, die Folge. Schauen wir mal die Kommentare. Ach ja, da ging's dann, da habe ich dann das erste Mal, äh, Tiere gezähmt und hier am Sancho-Panzas Bauernhof da die Weide aufgebaut. Ja, schön, 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 schön. So, den Anfang macht hier Filino TV. Mal wieder richtig gute Folge. Texture-Pack-Auswahl findet ihr gut. Gut, schön, äh, meine Kraft-Texture-Pack von Hollywahl, genau, kenne ich auch. Ja, wird halt auch immer gut gepflegt und sieht auch gut aus. Ja, ich habe ja jetzt aktuell das, äh, Weihnachtstexture-Pack von ihr. Na, und dann werden wir mal weitersehen nach Weihnachten, wie es da weitergeht. Dann, Venilol, super Folge, nur der Sound, weil das ist zu laut, also im, wahrscheinlich, im Verhältnis zur Sprache. Ähm. Ähm, ähm, super Idee mit dem Bauernhof, also Weide und Feld nebeneinander. Ähm, Vorsicht, Wortspiel, es war halt naheliegend, die Idee. Ähm, ähm, ähm. Und, ähm, ja, so ein bisschen im Hinterkopf hatte ich's, äh, glaube ich, schon die ganze Zeit. Ähm, äh, der Tipp, Zäune und Workbenches kann man jetzt mit der Axt am schnellsten abbauen. Ähm, Treppen muss man, glaube ich, immer noch die Spitzsacke nehmen. Ähm, getestet, sodass ich's dann nicht dran erinnern könnte, habe ich's allerdings nicht. Ähm, Obsidian Bricks und alle anderen harten Materialien lassen sich auch besser abbauen. Sprich, schneller. Naja. Na, ähm, ähm, ja, und, äh, in der Folge hat mich ja auch ein Creeper erwischt, hm? Uso Malaka schreibt hier, dass ich ein Vorbild für ihn bin. Danke. Ich hoffe, ich mach da einen guten Job als Vorbild. Er hat durch meine Let's Show Plays, äh, von Minecraft richtig Lust gekriegt, sich selber aktiv zu werden. Als, ja, ich nehm mal an, Let's Player. Meine Art gefällt ihm sehr, wie ich das mache. Bisschen wie ein Brunnen, der immer, wo man immer wieder, äh, ja, ähm, was Neues schon... Also, ein, ich bin wie ein Brunnen, aus dem man immer wieder etwas Neues schöpfen kann. Bisschen sortieren. Ja, die Folge war gut und deine Gebäude sind auch richtig geil. Dein Baustil und dann kommt's noch irgendein... Da ist es frei hart, kein Platz mehr. Äh, ne, das ist ja Winnie, wo ist Uso Malaka, die zweite Hälfte von dem Kommentar? Zick, 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 zick. Nochmal sehen, vielleicht stoßen wir später drauf. Äh, 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 ja, auch Winnie, lol. Hatte in seinem ersten Kommentar dann keinen Platz mehr. Schreibt hier weiter noch mehr Informationen. Getreide sollte eigentlich funktionieren. Äh, äh, was ist mit dem Brunnen mit einer Hälfte? Was soll ich da sagen? Ach, ja, mit dem Getreide, genau, da habe ich ja ergeblich versucht, hier so ein Schwein, äh, und so ein Schaf zu, äh, äh, zu tamen und in das Gehege reinzulocken, das klappt ja mittlerweile. Äh, äh, na, so, dolle, dann, no, Destiny TV. Ich fasse es nicht, dass man fängt an, sadistische Handlungsweisen zu entwickeln. Ich schubs Mut wie die Schafe runter und sagen dann auch noch, hast du verdient. Habe ich früher auch gemacht. Haha, nur nicht immer aufgezeichnet. Haha, und gesendet. Ja. Äh, ähm, ich habe, glaube ich, auch irgendwann mal in der Höhle des Ielchiken, äh, zack, ne? Hm, mit genau dem Spruch, du hast es verdient. Äh, genau, das Special von Andorin08. Ich weise hier nur einfach mal drauf hin, das steht ja schon ein paar Tage auf meiner Kanalseite. Hm, da werden alle meine Sünden aufgedeckt aus den Frühzeiten. Ähm, äh, Kommentar 14, schreibt da noch. Beihalzen sind wir kurz vor den Creeper am Morgen. Ja, okay, ich habe ihn dann nur gehört, als es schon fast zu spät war. Äh, ähm, ja, mit dem Zähmen, wie gesagt, das klappt ja inzwischen. Dann, wegen der Gruppe LP, wegen der habe ich jetzt keine Lust mehr, an meiner letzten Show-Play-Welt zu bauen. Ich gucke lieber deine Videos. Und auch er hat den Creeper gesehen. Ja, hättest du mal eine Warnung geschrien, rechtzeitig, ne? Hm? Hm, egal, ging ja nicht. Ähm, Obi-Wan-Knobi, wunderschöne Folge mal wieder. Das Team der Tiere muss er auch noch machen. Und überhaupt muss man sich jetzt, ja, überhaupt um die Nahrungsversorgung, äh, kümmern. Es sei denn, man spielt auf. Ja, Peaceful im Hasenfußmodus, da braucht man das natürlich nicht. Genau. Ähm. Ähm. So, ähm. Ah ja, genau. Und ich habe ja in der Folge auch, glaube ich, eben halt auf die Überlänge, äh, angesprochen und so ein bisschen, äh, ja, Bedenken gehabt, ob ihr das überhaupt schafft, meine Videos zur Gänze zu sehen. Und er sagt, er guckt meine Videos halt auf einem zweiten Monitor, während er auf dem ersten selber Minecraft spielt. Ähm. Ja, wenn er das, äh, so macht, ihr müsst, äh, ich fände es natürlich schöner, wenn ihr das mitverfolgen würdet, was da auf dem Bildschirm passiert, ne? Aber, äh, sonst könnt ihr hier auch gleich Hörfunk machen. Wäre vielleicht auch keine schlechte Idee. Also, reines, äh, Blogging. Äh, mehr oder weniger. Oder Video. Äh, Blogging. Ähm. Ähm. Schauen wir mal, wie sich das so in die Richtung, äh, noch entwickelt oder nicht entwickelt. Schauen wir mal. Äh, viel Spaß noch mit der 1.0. Auf gutes Klingen mit den Tieren, äh, andernfalls war Halali und Waldmannsheil, genau. Äh, äh, zack, zack, zack. Äh, äh, ja. Äh, hier haben wir einen Neuling und dem wird auch gleich geholfen, ne? Klassiker, die Frage nach dem Texture Pack. Und in diesem Video habe ich es tatsächlich in den ersten 5 Sekunden gesagt. Ne? Aber egal. Äh, äh. Äh, äh, ja. Zäune mit dem Schwert abhauen war halt früher die Sache. Na. Jetzt geht's mit der Axt. Nimm anstatt den Glow, Glowstonen, eine Jack-o-Lantern, also die Kürbislaterne. Ähm, ja, habe ich dann ja im Bahnhof, äh, auch gemacht, wie ihr ja inzwischen gesehen habt. Äh, ich finde an der Stelle sehen die Jack-o-Lanterns, also die Kürbislaternen, nicht so gut aus wie Glowstone. Ähm, hängt halt immer von der Umgebung, von dem, vom Zusammenhang ab. Also ich finde es nach wie vor schade, dass man auf die Glowstones nicht mehr, nichts mehr raufpacken kann. Äh, ähm. Ähm, also Schalter und, äh, Trittplatten zum Beispiel. Da hat noch jemand anderes Schwierigkeiten mit den Tieren. Das, wie gesagt, gibt sich aber. Masterbear Classic ganz entsetzt. Ah, Studgeman geht mit der Masse. Ja, wegen Misas Texturen-Pack. Ähm. Ähm, ja, aber trotzdem kommt er hier dann doch so mit sich ins Reine und mit meiner Entscheidung, hier Misas Texturen-Pack zu nehmen. Ähm, ich habe es lange Zeit nicht genommen, weil es halt, äh, Gron in der Benutzung hatte und dadurch eben auch viele andere Let's Player. Und, äh, jetzt ist ja Gron schon seit einer Weile auch mit den Honeyball Texturen-Packs unterwegs und um Misas ist es so ein bisschen ruhig geworden. Deswegen dachte ich mir, zack, jetzt kannst du es nehmen. Ne? Immer dann, wenn es überraschend ist für die anderen. Immer dann, wenn es ein bisschen, ja, vielleicht out of style ist oder so. Zack, dann schlägt der Datschmann zu. Ne? Seid ihr gewarnt für die Zukunft? Äh, ähm. Ich weiß jetzt nicht, dass was hier, äh, abgeht zwischen Let's Game Hero und Pixel Architect. Ach, Let's Game Hero. Die brandneue Information, du weißt, dass das kein Spinnenei ist, sondern ein Spinnenauge. Hm, ja. Ähm. Aber eben Spider-Ei. Hm? Spricht sich halt Ei aus. Äh, da, 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 da. Misa, sehr schönes Tipp hier. Okay, super lutscht. Naja. Hehehehe. Äh, ja. Ja, ich mach halt selten das, was man von mir erwartet, ne? Sonst würde ich halt auch ein normales Let's Show Play machen, äh, ein normales Let's Play machen. Und ihr hättet von der Welt noch nicht mal ein Zehntel gesehen. Ne? Beziehungsweise es wäre auch noch nicht mal ein Zehntel gebaut, wenn ich hier ein normales Let's Play machen würde. Ja. Ähm. Pixel Architekt hat sich nach langer Zeit endlich mal wieder eine Folge von mir angeschaut. Die anderen waren mir persönlich viel zu lang. Was haben wir hier? Ja, gut, da hab ich mich mal auf knapp 20 Minuten beschränkt. Ähm. Nevermind macht nix. Ähm. Ja, hier hab ich dann auch reingeschrieben, dass, äh, das mit dem Zehmen inzwischen klappt. Nicht, dass da halt noch viele Kommentare dazukommen. Äh, bei mir klappt das, du musst das nur richtig machen, ne? Ähm. Dup, 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 dup. Richtig gute Folge wieder mal. Schade um die arme Elsa, genau. Die, gut, die ist ja dann doch leider von dem Creeper mit erwischt worden. Obwohl ich mich heldenhaft zwischen sie und dem Creeper geworfen habe. Es hat halt nix gebracht. Ähm. Unterlänge vorsetzt. Wie man's macht, macht man's falsch, ne? Hahaha. Der eine guckt's nicht, weil's zu kurz ist. Der andere guckt's nicht, weil's zu lang ist. Ähm. Coaster-Fan. Welsier kann sich, kann also auf jeden Fall mit den 20 Minuten leben. Und, äh, abgesehen davon sind wir eh schon alle viel zu verwöhnt, was die Länge deiner Videos angeht. Hm. Was geht doch runter wie Öl. Ähm. Game Sound ist in Zukunft, denke ich mal, äh, leiser. Das klappt ein bisschen besser. Ähm. Äh, ja, Videolänge, äh, muss ich mal gucken, wie ich das da weitermache. Ich denke mal, bei den Minecraft-Videos werde ich, ähm, schon so bei der, bei der Überlänge bleiben. Mir aber auch da eben Variationen erlauben. Also mal ein bisschen kürzer, mal ein bisschen länger, na, mal ein bisschen sehr kurz, mal ein bisschen sehr lang. Immer schön Abwechslung dabei. Hm. Ja. So wie es sich halt ergibt und so wie es, äh, Spaß macht. Garf 3 wahrscheinlich relativ, äh, neu erst dabei. Echt ein wirklich cooles LP. Ja, kein reines Let's Play, sondern Let's Showplay. Aber, hm, ja, das ist mit dem Glowstone, das Absicht, der ist kein solider Vlog mehr. Ja, weiß ich. Danke. Super King Yoshi in Tsushen auch. 186. Folge. Dann die 187. Folge. Genau. Kühe, Chicken, Schafe, Cash. Da. 566 Views, 30 Kommentare. Auch richtig schön bei euch angekommen, diese Folge. Äh, da habe ich dann tatsächlich über Johnny Cash. gesprochen und, äh, ich mache hier mal kurz eine Pause und kümmere mich um meine Stimme. So, weiter geht's. Ich habe jetzt wieder ein Bonbon im Mund, also müsst ihr bitte gelegentliche Schmatzlaute entschuldigen, weil das doch die Speichelbildung fördert und der muss ja dann auch immer mal weg. So, Folge 187. Kühe, Chicken, Schafe, Cash. Ja, da habe ich, wie gesagt, einfach mal die Anregung dann aufgegriffen und über Johnny Cash gesprochen. Und, kam auch sehr gut an. Äh, hier noch ein Tipp zu den, äh, ja, Random Mobs Mod, dass man den auch in anderen Texture Packs einfügen kann. Ähm, ja, Mr. Schwanz Fan war halt hier doch leider nicht der Erste. Ähm, ne? Oh, egal. Fadi Moos hat hier seinen Kommentar entfernt, deswegen kann ich leider nicht sagen, worum es ihm dabei ging. Na, Yannick 12 kam auch von der Schule nach Hause und schon kommt das erste Video von Voititti und dann eins von Dutchman. Ähm, ja okay, Reihenfolge ist okay. Können wir ausnahmsweise mal mitleben. Na, kommst du mit dem blauen Auge davon. Ja, ich versuche halt möglichst meine Videos morgens, in den frühen Morgenstunden nach Mitternacht, irgendwann zwischen Mitternacht und 6 Uhr morgens, äh, hochzuladen, beziehungsweise den Upload da abzuschließen. Ja, damit halt über den Tag alle, äh, das gucken können und nicht die, äh, ja und ihr nicht extra meinetwegen lange aufbleibt. Na, ihr müsst ja, oder viele von euch mit so einer Schule, Arbeit, Ausbildung, gut arbeiten muss ich ja auch, aber ich habe halt Schichtarbeit, das ändert sich dann auch noch immer, wo ich arbeiten muss. Ähm, ja, ähm, Argentina ist mit den Creepern, Kürbis noch ein Glaube aus der Alpha-Zeit. Ja, genau, es gab mal das, äh, das Creeper, das Kürbisse Creeper anlocken oder sowas. Ähm, das ist ein Ding, ähm, was noch so ein, ja, Gerücht, Urban Legend, wie man mal das nennen mag, aus den, aus den Alpha-Zeiten ist, ähm, dass also Kürbisse Creeper anlocken, beziehungsweise da, wo Kürbisse sind, Creeper häufiger vorkommen. Und was noch so ein Gerücht aus der Zeit war, ist, dass, äh, die Hühner, dass die die Monster zu einem locken. Ha? Ähm, ähm, weiß ich nicht, ob es tatsächlich so ist, ähm, oder ob da was dran ist, ähm, ähm, in der Alpha konnte man das, glaube ich, teilweise sogar ein bisschen, äh, nachvollziehen, wenn man also tatsächlich dafür radikal gesorgt hat, dass keine Hühner in der Nähe waren, dann hatte man auch ein bisschen Ruhe, mehr, bisschen mehr Ruhe vor Monstern, glaube ich. Ähm, aber ob das jetzt hier in der 1.0 immer noch so ist, Alpha ist ja schließlich schon ein Weilchen her. Ähm, ja, ich brauche 7 Stunden zum Uploaden, das liegt aber eben an der Folgenlänge, ne? Das waren hier wieder mal, ja, eine knappe Stunde und das sind knapp 2 GB, die da hochgeladen werden und das dauert bei mir dann eben 7 bis 8 Stunden. Ähm, ja, ich habe also einen, ja, relativ normalen, ähm, DSL-Anschluss, ähm, nicht die vollen 16.000, sondern sowas um die 6 bis 8 Stunden kommen bei mir durch und der Upload ist eben, ja, ein halbes MB. Reichte soweit immer auch, mal sehen jetzt, wo ich hier auf YouTube so aktiv bin, ähm, muss ich vielleicht auch mal gucken, ob ich nicht auf eine VDSL-Variante, äh, wechsle, eben wegen des höheren Uploads. Der Download, der reicht für mich vollkommen aus, ne? Aber der Upload, das wäre schön, wenn das schneller ginge. So, was haben wir hier noch, ähm, spielst du auch Spiele, die du nicht Let's Playst, also privat? Ja! Ähm, einige, allerdings, äh, nix aktuelles, äh, Flatout 2 zum Beispiel, habe ich ja, äh, ja, immer nebenher, äh, gespielt, bis ich es dann jetzt, äh, hier Let's Play'e, ähm, da gibt's auch noch so ein, zwei andere, äh, Sachen. Ähm, momentan allerdings hauptsächlich, äh, Minecraft, klar, für das Let's Play und sonst mal nebenher, so ein bisschen, ja, was, wie gesagt, allerdings eher ältere Sachen. Und früher oder später kommen die auch mal dran mit einem Video, ne? Keine Sorge. Geiles Video wie immer, Daumen hoch, danke. Hm, ja, ne? Akkerti hier braucht, äh, zum Uploaden, äh, fünfe Viertelstunden soll das, glaube ich, heißen, ne? Hm, hm, da sieht man da 20. Äh, achso, ne, er braucht für eine Viertelstunde Video fünf Stunden zum Uploaden, ja, da ist es wahrscheinlich noch ein bisschen langsamer. Ah, das Internet, ähm, ja, hm, ja. Ähm, gibt den Kühn doch Bohnen, wir zuerst vielleicht wachsen, dann schneller, das wäre ja noch eine Sache. Warst du das viel Gold, glaube ich, waren wir da in Amino unterwegs? Ähm, nee, da haben wir doch fleißig, äh, gefarmt. Ähm, Ring of Fire, ja, der Song ist so alt, äh, der ist natürlich häufig gecovert worden. Ähm, ähm, ähm. Ach, den Küken soll ich bauen, nee, nicht Kühen, Küken, Gottes Willen, da habe ich mich verlesen, Entschuldigung. Ähm. Ja, das mit dem Tähn, hm, habe ich ja inzwischen auch im Griff, das geht. Ähm, ja, schreibt ja immer viel, sind wir auch noch einen Spruch kommentiert, was haben wir hier? Ach, ja, haha. Ähm, bis zur TX-007 behalt halt das Text-Shapeck. Was war da noch? Haha. Ja, schade, das noch nicht mehr zur Folge zu sehen, das ist eigentlich mein Standardspruch auf solche kurzen Kommentare. Hm? Hm, na, und dann, ah ja, da haben wir es doch, ne, das Video noch nicht mal zu Ende geschaut und trotzdem schon einfach einen Kommentar geschrieben. Ähm, finde ich ehrlich gesagt ein bisschen eine Unsitte. Hm, aber lässt sich wahrscheinlich auch gar nicht abstellen. Na, egal. Hm, ähm. Nimm mir die Overse Rustic, ja, kommt noch, äh, anderes Text-Shapeck, wie gesagt. Ähm, ja, UCLP 1719 im Schnitt, hm, ist wahrscheinlich beim, die, habe ich die Frap-Sequenzen durcheinander gebracht beim Montieren der Folge, kann immer wieder mal passieren. Ähm, kann auch sein, dass das ein, ja, Bugfehlbedienung in Vegas ist, ähm, TP wird nochmal geändert, hat, ist schon nochmal geändert. Ja, Sid96, der hat damals den Vorschlag gemacht, Johnny Cash anzusprechen und, ähm, bedankt er sich hier dafür, sehr schön. Ähm, was haben wir hier? Text-Shapeck von Honeyball. Ja, wollte Jim Beam, Jim Beam, nicht Jim Beam, sondern Jim Beam wissen. Ähm, ähm, ich finde die, die, äh, Text-Shapecks von Honeyball schön. Vor allem auch, weil es sie halt so in mehreren Varianten gibt, schön mit vielen Schrägen hier drehen, halt mit, die Schafen mit den Schlüpfern und so weiter, tolle Sachen dabei. Oder halt die Versicherungsvertreter, ähm, aber wie gesagt, ja, von Gronk benutzt, dadurch auch von vielen anderen benutzt. Und eben aus diesem Grund nichts für mich, genauso wie eben Misas Text-Shapeck langer Zeit nichts für mich war. Ähm, ähm, alle fünf Folgen des Text-Shapeck wechseln. Dann müsste ich eine Folge aussetzen, weil ich die Zeit brauche, um dann das Text-Shapeck auszuwählen. Hm? Würde euch auch nicht gefallen. Ähm, werden wir mal sehen, wie sich das mit dem Text-Shapeck entwickelt. Ähm, was soll man da machen? Genau, hier in der Höhle habe ich mir den Weg mit Redstone markiert, weil wir ja einen Spawner gefunden hatten unten, ne, in der Höhle. Ihr erinnert euch hoffentlich noch daran. Ähm, ich tue es jedenfalls, obwohl ich den wahrscheinlich jetzt noch gar nicht mal wiederfinden würde. Ähm, ich habe mich übrigens aus der Höhle eiskalt nach oben durchgegraben. Ähm, so ehrlich kann ich ja jetzt sein. Ähm, ich habe da ehrlich gesagt nicht mehr herausgefunden. Beziehungsweise hätte es wahrscheinlich früher oder später aus Zufall, aber ich hatte halt irgendwann die Schnauze voll da unten rumzutoben. Und habe mich halt einfach senkrecht nach oben durchgegraben, ne. Und dann die Stelle aber auch wieder zugemacht und getarnt, dass man das nicht so sieht. Ne. Ähm, NoDestinyTV, wo haben wir es hier? Hier, wo hat er angefangen? Ähm, ja, was hält es eigentlich noch? Skyrim. Ähm, ja, riesige Welt, viele Hintergrundinfos und Vorplayers. Ja, äh, gibt natürlich auch schon einen Haufen LPs zu Skyrim. Und genau deswegen, äh, muss ich sagen, interessiert es mich ehrlich gesagt nicht. Also jetzt nicht. Vielleicht in einem halben Jahr oder sowas. Oder in einem Jahr, wenn der Boom halt durch ist. Ähm, ja. Ähm, habe ich mir auch entsprechend geantwortet. Aktuell habe ich es eben gar nicht auf dem Schirm. Ähm. Ähm, und, äh, mir also auch nicht zugelegt oder noch nicht zugelegt. Ähm, wie gesagt, es ist mir einfach zu aktuell und es machen halt viele Let's Player. Skyrim. Ähm, ähm, warum ich, soll ich mich dann also noch dazu gesellen und auch Skyrim spielen? Ähm, wenn ihr da doch schon die Auswahl habt und da eben auch richtig gute Let's Player dabei sind. Und, ähm, ihr auch so die Chance habt, einen neuen, guten Let's Player zu entdecken. Ja. Das sei auch mal gesagt. Ähm, ähm, einerseits natürlich die Sache, dass, äh, ja, viele Let's Player oder viel nur die aktuellen Titel Let's Played werden. Na, ich glaube, man sieht kaum etwas anderes als eben Skyrim, Need for Speed to Run, äh, Modern, Modern Battlefield 3. Und, äh, Cold Warfare, nein, Call of Warfare 3. Äh, ne, Dinger heißen Battlefield 3 und Modern Warfare 3. So rum. Ich wusste, ich kriege es einmal richtig hin, dass ich das nochmal durcheinander bringe. Aber, viele andere Sachen sieht man einfach aktuell nicht. Ähm, aber Skyrim zum Beispiel ist für euch eine Gelegenheit, einen Let's Player zu entdecken, der noch nicht so bekannt ist. Ja, klar, die bekannten Let's Player machen Skyrim. Die großen oder halbgroßen sind viele dabei, die Skyrim machen. Aber, äh, gibt sicherlich auch noch den einen oder anderen unbekannten Let's Player, der Skyrim macht und das richtig gut macht. Und das ist eure Chance, den zu entdecken. Ne, warum nicht? Mh, ähm, ja, ansonsten, ähm, wie gesagt, ich hab Skyrim einfach nicht auf dem Schirm. Ähm, deswegen hab ich da auch keine Meinung, äh, dazu zum Spiel selber. Ne, ähm, ähm. Ähm, und da liegt er eigentlich schon mit, mit beidem richtig. Es ist mir sowohl zu neu als auch in. Mit einem N wird es geschrieben, ne? Aber, pst. Ja. Ähm, also das sind beides Gründe, warum es mich, äh, nicht interessiert. Aktuell, ne? Wie gesagt. Ähm. Ähm, ähm, ja, Obi-Wan Knobi bedankt sich hier nochmal, äh, zum Thema Johnny Cash. Und er hat die Konge auch im falschen Maßstab inzwischen in seiner Welt, äh, fertig. Okay, wunderbar. Der Kuchenmaster meldet sich auch mal wieder. Ähm, sieht zwar jede Folge, aber, und liked sie auch. Wunderbar, danke, Daumen hoch dafür, ähm, dass er, dass er hier den Daumen hoch immer, äh, gibt. Ähm, weiter so, danke, ja. Wird weitergehen, natürlich. Und wird sich auch immer wieder ein bisschen was ändern. Deswegen weiter so, ist so der typische Weg bei mir, dass ich immer wieder mal was ändere. Naja. Ähm, klar geht's weiter. Ähm. Ja, und immer mal ein bisschen, ein bisschen anders. Schöne Folge wieder mal mit guten Themen. Coasterfan meldet sich hier. Wo wir gerade mal mit Musik sind. Was hörst du denn sonst noch an Bands, Sängern und Musikrichtungen? Einiges davon hast du ja schon mal erwähnt. Wunderbar, wie ist das im Moment aktuell? Ähm, also im Moment höre ich ehrlich gesagt relativ wenig Musik. Ähm, einfach, äh, ja, aus Zeitgründen. Weil ich viel Zeit halt für die, äh, die Videos verwende. Und, äh, ja, in der anderen Zeit dann so mein, mein Lesepensum nachhole. Ähm, bisschen, bisschen Internetradio, äh, viel Jazz, klassischen Rock, äh, Karrenmusik, klassische Gitarre. Oder akustische Gitarre. So eine Sachen eher in die Richtung momentan. Aber, ähm, muss ich bewusst Musik hören. In letzter Zeit eigentlich ziemlich wenig. Ja. Aber ich habe ja in meinem Leben schon jede Menge Musik gehört. Da habe ich ja so einen Vorrat. Aus dem ich dann schöpfen kann. Ja. So, 187 war das. Weiter geht's mit Folge 188. Dick, 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 dick. Da haben wir sie wieder mit, mal mit Movie Maker gerendert. Genau, da ist nämlich, ähm, Vegas, äh, ausgestiegen. Deswegen ist auch nicht die Karte, die ich im Kommentar erwähne, im Audiokommentar. Die ist eben nicht im Video zu sehen. Ich hoffe, ihr habt euch trotzdem zurechtgefunden. Denn, wir sind, äh, ja, mit dem Boot dann hochgefahren zum, Nicht zum Pilzhaus, sondern Gute Frage, wo waren wir da überhaupt? Ach ja, zum, äh, Bootshaus am TNT-Tunnel. Da sind wir dann hingefahren. Ne? Bitte mach mehr, Let's Showplace. Bitte. Ähm, Ähm, ja, Let's Showplace ist natürlich ein Thema, das kann man nicht mit, ähm, na, kann man eigentlich mit jedem, äh, Spiel machen. Aber bei Minecraft bietet es sich halt an, diese Mischung aus Let's Show und Let's Play. Ähm, Sims 3 zum Beispiel. Da würde es sich auch anbieten, Let's Show, äh, Let's Showplay zu machen. Also nicht durchweg alles zu zeigen, wie in den meisten Let's Plays eben, sondern eben immer mal wieder was woanders dann offscreen zu machen und das dann zu zeigen, also da ein Let's Showplay zu machen. Ähm, Need for Speed to Run zum Beispiel als Let's Showplay. Hmph. Soll man jedes fünfte Rennen zeigen, oder was? Oder die Action, äh, Szenen, wie auch immer. Ja, ne, also nicht jedes Spiel ist für ein Let's Showplay geeignet. Ne, aber, ähm, kommt noch was? Oder meint er jetzt hier, äh, dass die Minecraft-Folgen häufiger kommen sollen. Könnte natürlich auch so zu verstehen sein, ne. Dann haben wir hier die Folge nach dem Text-Shop-Hack. Mega-Gamer. Hey, 22, 22. Also, naja, ne, Gronkh kennt man ja, ne. Ähm, ähm. Dann, äh, wie groß war das Video mit dem Movie Maker? Ähm, nicht so viel anders als wie mit Sony Vegas. Äh, Sony Vegas, wenn du bei, ja, schwarze Bilder im Video mit Sound, weiß ich nicht, was da dran ist, kann ich dir leider nicht, nicht weiterhelfen. Aber die Größe, äh, im Movie Maker natürlich fast Bildschirm füllend mit einem schwarzen Rand oben und unten, weil ich ja in 16 zu 10 aufnehme und Movie Maker das dann nicht, äh, anpasst auf 16 zu 9. Deswegen die schwarzen Ränder. Habe ich mal in meiner Toolbox ein Video zugemacht. Stichwort Seitenverhältnisse. Hm? Da wird alles erklärt. Minecraft Freak guckt sich meine LPs am Fernseher an. Richtig auf Großbild. Wow. Dann, Coasterfan meldet sich hier wieder tolles Video. Es entwickelt sich alles so super. Ja. Ähm, mit dem Themen kommt man halt eben ein Stück weiter. Ähm, das ist eben das Tolle an einem Showplay, das mehr passiert als in einem Let's Play und die Zuschauer trotzdem daran teilhaben. Ja, das war eben auch mit ein Gedanke, ähm, als ich die Idee zum Let's Showplay hatte, ne, das so zu machen. Einmal mich natürlich abzuheben von allen anderen und eben einfach die Gelegenheit zu nutzen. Entschuldigung. Ähm, euch mehr zu zeigen in einer einzelnen Folge, ne. Und der freut sich hier auf das Special zum Staffelende. Jo. Ne, das war zwar nicht ich, dem da was Tolles eingefallen ist, sondern der Android 08, aber was Tolles ist es. Hm. Von deutscher Musik. Ja, halte ich viel. Äh, Boredeman. Ähm, Thema Musik wieder. Ähm, halte ich viel von. Habe ich auch, äh, schon viel gehört. So eine Sachen wie Ulla Meinecke. Zum Beispiel. Hm? Hä? Oder Ideal. Ja, die habe ich gehört, als sie richtig, richtig rausgekommen sind. Ähm, in den 80ern. Ähm, so eine Sachen dann, was weiß ich, äh, Spliff und Herbig Mitteregger und so eine Sachen. Ähm, jetzt hauen wir mal richtig in die alte Kerbe rein. Ulrich Roski. Ha! Ja. Sagt euch sicherlich nix. Einfach mal hier bei. Bei YouTube suchen. Gibt einige Videos, äh, von ihm. Ähm, Ulla Meinecke bekannt oder am bekanntesten eigentlich, äh, Tänzerin im Sturm. So eine Sachen. Ähm, oder Babb zum Beispiel. Ja. Ähm, habe ich halt schon viel, 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 viel gehört. An deutscher Musik. Und, ähm, auch, ähm, ja, so, ich sag mal in Anführungsstrichen, aktuell Sachen, ähm, hier wie, wie Juni, äh, was weiß ich, der, als dieser neue Boom für deutsche Musik, oder deutschsprachige Musik, wieder einsetzte, na, mit, äh, perfekte Welle und, und Juni Mond und so eine Sachen. Ähm, fand ich das schon, äh, fand ich das wieder richtig gut, dass da deutschsprachige Musik wieder, ähm, ja, wieder hochkommt, wieder ins Rampenlicht tritt, habe ich jetzt eine schöne Formulierung gefunden. Ähm, ja, Rampstein habe ich, äh, dann auch was zu erzählt. Ähm, ja, äh, T4FTV, äh, TF4TV, da hat er gar nicht mal so unrecht. Ich würde schon in die typische Gruppe der Rampsteinhasser passen, einfach vom Alter her. Aber, ähm, ich hab's ja dann später mal, oder in der nächsten Folge, glaube ich, erzählt, ähm, gut, ich bin nicht unbedingt ein Fan, oder würde nicht auf ein Konzert gehen, oder mir eine Schaltblöcke von denen kaufen. Andererseits stelle ich auch nicht weiter, wenn sie im Radio dran sind. Ja, komme mit deren Musik eigentlich ganz gut zurecht. Ähm, und, äh, ja, passt auch. So weit, ne? Äh, richtig, Barbier, den wollen wir noch im Berberdorf bauen. Was ist eigentlich ein Barbier? Ja, ähm, schon nachgedacht, eigenes Mix-Texture-Pack zu machen. Ähm, ist ganz easy. Ja, ich, äh, fummel seit, äh, ja, rund fünf Jahren, auch seit ich in Shrekmania angefangen habe zu skinnen, fummel ich, äh, mit Grafikprogramm um. Und wenn, äh, das, äh, Let's Play Flatout verfolgt hast, und das Spiel kennst, dann wird dir vielleicht auch auffallen, dass mein Wagen dort nicht die Originaltextur hat, und auch viele Werbeschilder am Straßenrand nicht die Originaltextur haben. Das war ich, der das geändert hat. Also, äh, im Prinzip ist für mich auch kein Problem, äh, mir ein Texture-Pack zu machen, nicht nur mixen, sondern auch wirklich selber zu machen. Ähm, äh, wie gesagt, technisch oder vom Anspruch her ist es kein Problem, aber Zeit, äh, ist, glaube ich, das, was mich bisher da von so abgehalten hat. Na, ähm, ne, mit dem Format hat Vegas überhaupt nichts zu tun. Ähm, das ist alles so gelaufen, wie sonst bei den anderen Folgen auch. Ja, äh, äh, naja, egal. Gut, 188 sind wir durch, und ich gönne mir mal nochmal ein kurzes Päuschen, bevor wir hier in die Folge 179 einsteigen, an Sancho Panzers Hof einige Routinearbeiten, die da erledigt werden, stürzen wir uns gleich drauf. ist sch wenn